Hallo, das ist noch mit mir im 2.80. Herzlich Willkommen zu Harry Potter, der Gefangenen von Askar-Bahn zu Part 3 und jetzt geht's da weiter. Äh, warte. So. Schnell... Schnell verfolgen. Schnell verfolgen. So. Ich glaube, hier finden wir Feuersamen. So, dann stehe ich hier schon mal ab. So. Hoch mit dir. Oh ja. Wissst du hier doch einfach an, mein Güter, ey. Kein Feuersamen. Wir brauchen... Das war's. Wir haben alle Feuersamen. So, und damit haben wir auch jetzt... Und damit haben wir in dem Sinne jetzt auch alle Zutaten. Ich weiß nicht, ob wir es noch mit einem schaffen, ich weiß es nicht, aber egal. Den schaffen wir noch, aber den haben wir noch einen dritten, ob wir noch einen vierten schaffen, weiß ich nicht, ob wir noch einen vierten Part schaffen. So, okay, was sind die Aufgaben? So. Wir haben alle vier Zutaten dafür, okay. Äh, warte mal. Okay. Geh in die Zaubertrankklasse rum. Ja, perfekt. Wir haben alles, dann können wir zurück zum Klassenzaubertrank. Ich weiß, wären die jetzt nicht hier außenrum gerannt, dann hätten wir jetzt das Problem nicht. Oh, Hermine, jetzt verschwindet doch doch mal. Meine Güte, ey. Super. Das ist ja ich ständig... Wir müssen los. Ich weiß es, aber guck mal, wo wir uns hier befinden, verdammte Axt. Meine Güte, Hermine, ey. Wir dürfen wegen dir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. So. So. Können wir jetzt gehen? Ja. Meine Güte. Okay, es funktioniert nicht gerade. So. Weg. Ist das Nerven gerade. Wir müssen los. Hermine, nerv jetzt nicht. Halt den Schnabel einfach. Meine Güte, Hermine. Runs hat genauso einen Schnabel halten wie du. Wir haben alle Zutaten. Gehen wir zum Zaubertrankunterricht. Ist klar. Was glaubt ihr, was ich... Was glaubt ihr, was ich hier gerade machen will? Schau. Hoffentlich hat Malfoy kein Grabhornhorn gefunden. Es wird zwar sowieso nicht passieren, aber es wäre wunderbar, wenn Snape ihm eine Abreibung verpassen würde. Hm. Schön wär's. Gehen wir. Wenn ich vielleicht nochmal einen Ton höre heute, dann ist was los. Ernsthaft, Alter? Das ist jetzt doch nicht euer... Los, gehen wir zur Zaubertränke. Sonst kommen wir noch zu spät. Ja, Mädel, Mann. Sei schön jetzt. Ich bin doch gerade auf dem Weg. Meine Fresse, ey. Gehen wir. Werden jetzt die anderen zwei nicht hier außen rumgerannt, dann hätten wir jetzt das Problem nicht. Und dann müsst ihr noch eure Schnäbel aufreißen. Aber bis jetzt... Wir vergeuden zu viel Zeit. Mensch, Hermine, was glaubst du, woher ich jetzt gerade bin? Ich bin doch gerade auf dem Weg ins Schloss. Meine Güte, nervt jetzt nicht. Also. So. Weg. laufen wir jetzt nicht den weg rum hier jetzt kann ich jetzt noch gebrauchen so klacker gang also passt doch eigentlich in den kärkern doch weil wir ja gerade dahin müssen weg und steht mir nicht mehr im weg rum so na also so unterrichtsraum ein so das war's ist mir noch lernen wir kaffee der raktung oder ich besser eine kaffee der raktung und mit diesen zutaten stellen wir ein spezial gegengift hier das zum beispiel bei doch sie wissen verwendet werden kann ich möchte euch bitten für die nächste stunde die folgenden zaubertrankzutaten zu sammeln fliegende seepferdchen doch sie eier geröstete libellen körper und feen flügel wir brauchen diese zutaten für den unverwundbarkeit strank könnt gehen cool ich habe jetzt alte runen geht ihr zu zauberkünste wir treffen uns dort was redet sie da Hermine weiß schon von was sie redet also ich glaube zauberkünste müsste im zweiten stock sein oder dritter stück war das wie ich das weiß ok mal gucken gehen hier schnell warte ja wie ich gesagt habe zweier stock da gehen wir gleich hin ich gehe kurz darüber ok zu an der stelle weg wieder danke wir sollten in den zweiten stock gehen das glaubst du was ich erst nervt Hermine so die ganze zeit jetzt nervst du mal was das ganze was ich gerade macht meine güte was glaubst du wo ich gerade was glaubst du wo ich auf was wo ich gerade hingehe erster stock und zweiter weg hoch gott hier lässt es doch nicht nochmal mehr weg 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 hier alle weg so so na also und dann ist körperetraktum sehr nützlich ihr könnt damit dinge in euren direkten blickwinkel packen und in eure richtung ziehen entschuldigung herr miene wärst du bitte so nett harry und ron mit nach vorne zu bringen ihr müsst das karpe retraktum zauberbuch holen das ist von gut an na also Ja, klar. Jetzt mal hin. Ach, Mann. Das war wieder so klar, grad eben. So. Oh, ich hab ihn schon. Ich hab ihn schon. Oh, ich hab ihn schon. Oh, ich hab ihn schon. So. Aus dem Weg mit dir. Also nicht auf. Und. 100 100 Perfekt Jajajaj Fass los auf Hermina So Ah ja, das ist ein guter Jetzt Geh weg So Muss jetzt Hermina schon wieder Weg Ja Das scheiß Ding in die Hand, verdammte Axt Fertig Eins Zwei Drei 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 Ho Drei Drei In T Was ist denn da vorne, Alter? Aus dem Weg mit dir! Na, jetzt ist es nur unten. Perfekt. Ach ja. Das war wieder klar. Zum Beispiel jetzt. Harry. Ron. Hermine, kannst du dich unter der Tür durchquetschen? Ja. Och, jetzt! Ja, oder wie verarschen jetzt? Ich, äh, bin zu kräftig gebaut dafür. Schaffst du das, Hermine? Jetzt. Was war das eigentlich? Hm. Ich weiß, ich musste nur Schrelle da hinten. Wie, der Schrelle ist in Freunden. Ich weiß, ich muss aber gut. So. So. Perfekt. So. Perfekt. Noch was. Noch mal hier drüber. Hier drüben, Harry. Bin unterwegs. Ernsthaft gerade? Was ist denn unterwegs? Oh Mann. Okay. So. Kommt her! Sekunde! Jetzt kommt doch! Ihr seid solche Affen. Wisst ihr das? Äh. Klar. Ich bin ja der Affe. Sorry. Das kann so nicht gehen. So. Die folgen ja nicht. Ja. Hermine. Jetzt geh hoch. Warum? Ich find's cool, dass wir den Gläsius haben. Dass wir eine Eisstille zaubern können. So. So. Ich muss ja auch durch diese Tür treten. So. Und das kann ich jetzt nicht mit den beiden. Das muss ich ohne die Wolken. Ich bin ja. weg das war dafür dass du mich niedergeknüppelt hast du penner und da bräuchte ich jetzt schon Okay... Hmm... So... Aha, nee. Hat sich gelöst. Warte, ist ja gut, dass ich die Gläser ins Haus, so. Perfekt. So. Ja. Ich bedürfe, dass ich keinen Raum brauche. So. Komm schon hoch mit dir. So, jetzt sammeln wir das auch mal rein. Lass los. Hoch mit dir, komm. Ah, das kompliziert ist doch egal. Ah, passt doch. Gut, was ist los? Wasser. So. Das heißt, ich muss jetzt... ...mit hier hin, aber... ...hah. Okay. Okay. Oh, Hermine! Oh, verarsch mich doch jetzt nicht. Da steckt er hoch. Verdammt. Ah, ne, ich glaub dafür... Ja, ernsthaft. Ne, da brauchen wir Ron. Für das brauchen wir Ron. Das geht ja nicht anders. Außer, ne. Och, Mensch, Hermine! Oha! Hm. Irgendwo... ...oder irgendwas... ...muss jetzt gemacht werden, warte. Das ist nur die Frage, was... ...jetzt weiß ich grad... ...ich hab vergessen, was ich hier machen muss. Hm. Irgendwo... Mit dem Eisding... ...irgendwas muss man hier machen gerade. Ich weiß nur nicht mehr was. Hm hm hm. Okay. Oh. Das ist gute Frage, was müssen wir denn jetzt machen hier? Hm hm. Hab ich hier irgendwas übersehen hier grad? Hm 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 Mal sehen, dass wir die ganzen Das ist ein wenig zu pein So, hier bin ich wieder Freunde. Ach, Mann. Okay, ich hab's gesehen jetzt, was ich machen muss. Jetzt hab ich's gesehen, weil ich hab's erst gerade nicht gesehen gehabt, aber jetzt hab ich's gesehen. So, erstmal schon Repara brauche ich dafür. Okay. Den kann man lassen. So. Okay. 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 Jetzt muss ich Harry und Ron helfen. Schwierig war's nicht, aber ich hab's selber auch gerade nicht mehr... Ich hab's selber auch gerade nicht mehr genau gewusst, weil ich's schon lange nicht mehr gespielt hatte. Deswegen. Okay, jetzt hier hoch mit der Hermine. Ich muss auch meine network kommen... Ja... Na, ich hab's mir... Huh. Ja. Hm. Ja... 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 Ja, das hat aber... so das schraubt mich so ja ist gut jetzt darf ich oh ja komm so so hey gesundheitermine so ich speier es trotzdem mal ab dass wir überhaupt so weit waren so meine güten komm ich war ja erfolgreich ja okay hier rüber kann ich nicht hüpfen äh ja ah ne ich muss ja auch gar nicht rüber hüpfen so so also gut perfekt noch ne wieder karte und so jetzt mit harry nach oben so so ich lasse mal schnell hier rüber ja ich war jetzt dann jetzt gleich geht mit Ron und Hermine weiter na also so jetzt hier nochmal schnell schweiern dass wir jetzt soweit erstmal sind dass wir hier das nicht mehr machen müssen auf so 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 ich weiß jetzt hier was das ist dann So, Okay, dann machen wir das schon mal. Und weiter. Ja, komm. Alles okay, aber bitte holt mich hier raus. Kein Problem. Erstmal hier hin. Okay, jetzt halte ich vor wieder hin. Achtung. Hermine. Ja. Perfekt. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, bisschen Oh, okay, ich wollte gerade was sagen Ja, komm So Oh, Tom Ich wollte gerade sagen, wo du hängst, bist du Ron So, jetzt hoch mit dir Ist mein letzter Part für heute, aber ich höre auch gleich auf Oh, ja Das sind schon mal gut Oh, ja Oh, Mann Geh doch da drauf, meine Güte, ey Komm Jetzt, komm Perfekt Schön, dass ich alles alleine machen darf, Hermine Ach, du blödes Drecksvieh Jetzt vielleicht schon hier Oh, ja Jetzt Hört doch mal stehen hier Dann fährt ich nicht rum Irgendwie ist ein Drecksmissgestört, oder? Na, also Bingo Bingo Ach, ja Mhm Jetzt wird's schon Okay, dahin brauche ich jetzt Hermine erst mal Gut Das wenden wir jetzt den Part Bis morgen Gute Nacht Auf Wiedersehen Umx- Und